Wie ist die falsche Seite für diesen Sound, hey? Ach, das ist egal. Das ist egal. Hauptsache wir haben was dort, Jogger. Mein Party Truck kann das nicht toppen. Wir hören auch mal sich. Wir werden alle ins erste Club rein, ja? Wir gucken mal wie wir das da machen. Ist das einfach passiert? Jogger, ne? Müsst ihr es? Denk rein, ihr habt Superwaffen, ja? Wenn ihr getötet werdet, dann seid ihr tot, ne? Ihr habt auch Superwaffen, ihr müsst ja mich töten. Rage Friendlies, komm hoch. Rage Friendlies, komm hoch. So, jetzt. So, ich brauche Nemesis, Decke Treppen. Der Treppe Depp. Von mir aus. Ja, ja, ja. Wenn da einer durchs Dach kommt, geht es nicht. Rage Dwarfing, auf zwei Kräte Superwaffen. Alles klar. Rage Friendlies, komm zu mir. Ja, ja, sofort, sofort, sofort. Hustle Depp. Ja, ich kann so viel zu sehen. Ich sehe das Shit hier. Oh, bleib. Oh, ich bin blöden. Leute, decken dich Dach, sie kommen hoch. Rappen, decken dich. Ich brauche die Dach zu decken. Ich brauche, ich brauche die Dach zu decken. Ja, ja. Vergiss nicht, das Dach zu decken. Die Dach kommen gerne durchs Dach. Ja. Vergiss nicht, das Dach zu decken. warte, 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 komm hier zu mir ich brauche dich achso, wer denn? zurück, zurück, zurück gehst du nachgeladen, ich komme bist du besoffen, Alter? Alter, ich sag nichts mehr ist down, ist down, ist down für die riflemen unter uns versucht euch Amikel zu knaschen ich decke, ich decke ich dachte, Gammel, du deckst oben, ne? Mullah, du deckst auch oben, dass da keiner das dachte Dorn, Dorn, du kommst zu der heftigen Feuer rein, ne? du glaubst, du gehst raus ins Gebäude rein okay ich wusste auch, ich wurde aus der Quad geschossen Hörste, zwei, zwei, drei nein, shit, die Smoko fehlen sorry ich höre die Zeit langen, zum Deck, da ist, Cut, oben ein Spontest und ist das ok so Gammel, dann komme runter Spassi, ich komme ok hier, ich denke hier, die Eingang oben geht es nach Alex Ich bin hier drin. Ungarn! Nein, 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 das sind die Jungs. Vorsicht! Oh mein Gott, ein Dorn! Gegner unten! Ich komm von hinten, ich komm von hinten! Roger! Oh, Oton, hang on! Dorn, komm rein, komm rein! Stay fresh! Dorn kommt hoch, Dorn kommt hoch! Da ist unten noch ein Gegner! Dorn oben, weil der Musik gespielt hat. Oh, Dorn. Dorn, komm rein, Dorn, komm rein, bevor du stirbst. Das ist die Quad-Kirche, Mann! Vielen Dank, er ist da unten zwei Dach. Friendly kommt hoch, Friendly kommt hoch. Ich spürte wie schlecht gelingen. Grüß noch, ich zwei Wann unten zittert. Das ist gut konkret. Dorn, bitte entlock dich, Mann, und join Mom. Ah, das ist ja nicht. Eli hat irgendwo im Drosten, im Drosten, im Osten gedroppt. Fresse. Drede, halt deine Fresse, du Dorn. Können wir spät auch machen? Falsch, komm rein, komm rein, komm mit. Falsch, komm rein, komm mit. Dorn, zwei hab ich. Ich spawne neu. Drede, du gehst nicht auf den Grund. Drede, du gehst nicht in den allerersten Stoff. Okay, bleib unten. Stay down, stay down. Fuck, sorry. Drede, du warst geil. Ja. Mach du, mach du, mach du. Ich hab keine Great, ey. Nimm, nehm, nehm, nehm mein Kit und decken, mein Freund. Jaja, das liecke mich schon mal vom mir fern. Komm hier her, du musst rausdecken, du weißt du ist doch nicht gedenkt. So, jetzt, ja, passt. Mich muss man immer decken. Boah. Bitte? Ich bin wieder tot, ich hab aufgegeben. Ist da draußen? Ja gut, wenn du ganz unten stehst, du gehst nicht mehr ganz unten, du lassst alles voll dann. Okay, nimm's Kit wieder. Kann ich rausgehen um die Hohle? Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Alter, kommt Nate. Manchmal. Der Joker, drin bleibt nicht. Deck die Treppe. Hm? Hm. Ich hätt voll Bock, der mit dem Blockkit runterzuspielen. Ich hätt voll Bock, der mit dem Blockkit runterzuspielen. Help me, das ist voll scheiße. Whip, mit einer K. Nee, der mit einer Barsch. Naht, ohne Rage, versuch, Nate nach unten zu werfen. Und dann ist alles voll. Dennoch nicht! Du bist deine Leute durchuysock weg! Ja, Ahto, Ahto, Ahto! Ja. I need medic, quick! Flash damage. Hi. Joko, do you need ammo? To everyone. Don't go down the stairs. There is a booby trap right now. Wenn du die AK nicht magst, willst du lieber eine AK? Nimm es das. Kannst du im Norden ein Haken-Dach runterwerfen Richtung Nord-Osten? Wenn du willst, kannst du die PKM haben, wenn du die AK nicht magst. Auch gleiche. Nee, die PKM mag ich jetzt auch nicht unbedingt. Okay, dann gleich mal eine Treppe. Stellt sich aber auch an. Steigt da ein Friendly auf den Turm? Nee, Friendly ist nicht gegen dein Turm. Ich kann gar nicht, ich kann gar nicht. Hier liegt so eine AK oder so. Oh Mann, nee, ich fasse es nicht. Ich bin down. Ich weiß nicht, ob die Armour bevor das verschwindet. Rage bei der Treppe ist einer von mir down. Ich deck. Ja, down deck, alles klar. Woah! Nate, Nate, Nate! Komm hoch! Händigen, händigen, händigen! Are you still alive? Hey, ist nicht gegen... Nein, net. Da ist die oben rein, hoch! Nein, oben, 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 oben! Die kommen auch von unten rein, Leute, ich brauche hier auch Hilfe, bitte. Nee, deck du unten! Gar Müll durchhalten. Noispawn, Leute, noispawn. Jogger decken unten. Medic ist tot, noispawn. Nee, Jogger ist noch am Lippen. Oh, Jogger decken. Und Leute, geht nicht von Süden ran, das ist das Fail. Wie sieht so im Cap-Status aus, Jogger? Verschwindet von der Treppe dort! Wenn die raufkommen, seid ihr tot. Geht, 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 ich deck. Wer ist hier noch am Leben? Ich weiß es nicht, aber ich brauche hier auch dann noch mal Sunny. Gartem einen hab ich die RKG so ins Gesicht getötet. Auf und dann laufen sie rum, ich weiß, ob das friendly sind. Ich werd mal hier hinten Munition nehmen. Der Marker oben ist einer. Leute, bitte nicht von der Treppe weg, ohne was zu sagen. Don, kannst du den suppressen? Ja, komm, wir sind noch feind da unten. Wo ist das Nachladen? Okay, wenn niemand rüber will, dann bleiben wir hier oben. Der liegt noch drin, mein Nade ist durch das Haus geflogen. Durch die. Noch eine, soweit. K.B. Zack, oben ist nicht gedeckt, oben ist nicht gedeckt. K.B. Versucht unten reinzukommen. Geh du hoch. Das ist noch wichtiger. Oben auf dem Dach sind Feinde. Auf dem Dach sind Feinde, Ray. Auf dem Dach sind Feinde. Da sind wir oben. Ihr seid auf dem Dach. Ich hab den nicht, ich hab hier. Ruf is clear, Ruf is clear. Ich hab den nicht. Okay, unser Ziel ist, es ist jetzt wieder in den Torben reinzukommen und in mittleren Stoffwerkstellung zu nehmen. Ich hab den nicht gesehen, nein. Be wise, ah, boobie trap in der... Nameses, bist du tot? Es ist ein boobie trap, right next to you, Rick. Der hat runtergefallen. Der hat einen Menschen, Alter. Scheiße, oben, 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 da kommt einer runter. Gehen, rein, 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 Leute, in den Torben. Mach das Arschhoff da oben. Bitte sag das lauter. Hey, bei der Repair Station, sind welche drin? Das wissen wir. Ja, ich hab mich zwei. Yes. Is the enemy down? Second floor, second floor, is medic. Ah, is there anyone from us? Ja, ich bin tot, was? Ach, du bist tot. Ja, ich bin, also, wounded. Ich brauch einen Sunny. Sunny! Can Flashpoint, kannst du Madrid wiederholen? Hopp, er deck dich raus. Medic, Medic! Come on, help me, please. Ich deck draußen, Flashpoint kannst du... Oh, nice. Dawn, Dawn, Milla, jetzt reinkommen. Dawn, Dawn, reinkommen. Flashpoint, du bist wahrscheinlich in den Mammel, kannst du Madrid kurz wiederholen? Ich kann auch nicht in den Mammel geben. Ich kann auch nicht in den Mammel geben. Ich kann auch nicht in den Mammel geben. Okay. Ja, man kommt da am Turm nicht vorbei, da muss ausgeschalten werden. Unsere Fop, die Fop ist down, Fop ist down. Drede wiederholen, er liegt hier oben. All unsere Fop sind down. Ja, 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 ja. Ganz down. Ja doch, Drede, ich kann jetzt vielleicht. Hier, hier. Hörst du mich? Drede, wenn du dich gleich die Fresse hält, schlagst du dich. User, join your channel. Dawn, wo bist du? Draußen drinnen. Ja, hier ist keiner mehr auf dem anderen Server. Ja, außer, vergiss es. Und die nächste Mammel ist eine normale. Wollen wir vielleicht nächste Runde, dass alle jetzt auf den anderen Server gehen? Weil das mit den zwei reservierten Plätzen ist scheiße. Ich würde auch sagen, man, vielleicht splittet man sich. Eben. Und auf dem anderen ist es keiner. Deswegen würde ich sagen, man splittet vielleicht die Gruppen. Ach, wir haben es um 23 Uhr, jetzt wird hier nichts mehr gesplittet. Oh, APC is coming, APC is coming. Alle frei, nehme ich an. Ja, morgen ist Feiertag. Nö. Das wird die Schlauerei, da liegt noch einer! Hey. Ich bleib halt hier rage. Ich heil dich gerade. Ich muss die gar derecho. Jetzt grad werde ich schwarz. Gib mir noch ein paar Sekunden. Ich muss gleich das Ketuitzen. Ihr könnt reinkommen. Niemand. Und ich kann kommen, guck mal, komm, komm, guck mal, komm, ich werde. Ja, ich hab ihn schon geheilt, dass wir schon. Es geht nicht. ich hab hier eine rkg aber der ist zu weit weg noch auf der us-seite ich muss kurz warten 9 20 von 31 spielern ganze schrott auf der treppe außen ich weiß auch spielen wir doch einfach das geduldsspiel fahrt mein clip war leer ha ha danke leute doch wir ja ich bin warte einigen die ich nicht zum beispiel anhelden die klarer mit dem starr ja moment ich muss mich jetzt noch ein bisschen hoch Ah, crap. Spontaname. Spontaname.